Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarden. Heute geht es um einen der besten Mail-Roboter, die es aktuell auf den deutschen Markt oder auf den weltweiten Markt gibt. Und zwar der MAMOTION YUKA. 1500 ist hier die Variante, also für 1500 Quadratmeter und der ist wirklich gut. Keine Begrenzungskabel, läuft über GPS, kann über WLAN und über Bluetooth gesteuert werden, kann sogar eine SIM-Karte reinhaben und ist mega tierfreundlich, weil der vorne Kameras und Sensoren hat und umfährt sogar Igel. Das, was vielen Mail-Roboter nachgesagt wird, was eher ein Nachteil ist, blendet dieser alle aus und er soll aktuell der Beste auf dem Markt sein. Held ihn euch heute mal vor, dann könnt ihr euch nämlich eure eigene Meinung bilden, ob der wirklich so gut ist. Preis kann ich ja mal dazu sagen, aktuell bekommen wir den auf Amazon für 1699 Euro. Ist ein stolzer Preis, aber das Ding jetzt wirklich in sich. Wir können ja mal kurz auf die äußeren Dateis hier schon mal eingehen, bevor wir dann auf Ladestation, auf RTK-Antenne und auf die ganze App zu sprechen kommen, wo man Bereiche, Maps anlegen kann und da, das wird wirklich spannend, bleibt auf jeden Fall mal dran. Das ist wirklich ein sehr cooles Teil, wir kommen aber erstmal auf ein paar Details. Schnittbreite 32 cm, hat von unten zwei Messer, nicht nur eins, sondern zwei, das ist auch wirklich gut. Wir haben hier die Höhenverstellbarkeit von Stufe 2 bis Stufe 9, das ist wirklich sehr gut. Hier ist ein Schlüssel drin, den können wir reinnehmen und wieder rausstecken, damit wir so einen kleinen Diebstahlschutz haben. Und wir haben hier vorne direkt zwei Kameras mit einem Scheibenwischer und wir haben hier nochmal eine Kamera und dann das Bedienfeld. Hinter uns in der Grillhütte, da ist ein Stromanschluss und wir haben jetzt mit einem 10 Meter Kabel dann die Ladestation positioniert. Die RTK-Antenne, die muss übrigens nicht direkt daneben stehen, das funktioniert auch nicht, weil wir hier eben eine Hausmauer haben und dann ist das Signal nicht frei. Das Signal muss nämlich mit dem Mähroboter, der RTK-Antenne und dem Satellit da oben so ein Dreieck bilden und dann funktioniert das mit der Map ganz genau. Die Ladestation können wir dann ganz einfach mit vier Schrauben festmachen, das ist kein großes Werk. Wir klippen die einmal zusammen, Aufbau, insgesamt die Installation von dem Mähroboter Yuka ungefähr 15 bis 20 Minuten. Hier die RTK-Antenne, die ist auch innerhalb von zwei Minuten zusammengebaut. Ihr habt hier einmal unten so eine kleine Forke, die steckt ihr in den Boden als Halt, dann ist es ungefähr 1,80 groß, würde ich mal schätzen, 1,80 bis 1,90. Das Kabel geht hier durch, auch in die Grillhütte zum Strom. Es gibt aber auch noch ein Solarpanel dazu, was ihr euch optional dazu holen könnt, dass das Ganze über Solar läuft. Und wichtig, das kann irgendwo im Garten stehen, das braucht nicht an der Ladestation stehen und auch nicht auf der Fläche, wo der Roboter mäht. Das steht jetzt hier bei mir am Rand vom Gemüsebeet. Und wenn das alles funktioniert, dann leuchtet das hier grün. Es kann am Anfang sein, dass es kurz grün leuchtet und dann wieder ausgeht, dann klappt es vielleicht einfach, wenn ihr das vielleicht ein paar Meter verstellt, weil bei uns war jetzt das Problem, dass eben die Antenne nicht ganz frei stand wegen der Hausmauer. Da muss man dann einfach gucken und wenn das alles passt, leuchtet die Antenne grün, die Ladestation auch und dann geht es ans Mählen. Ja, unser Freund der MAMOTION Yuka, das ist wirklich ein Top-Gerät. Ich glaube, ihr merkt das schon. Jetzt müsst ihr euch die MAMOTION App im App Store runterladen. Ich lade mich jetzt auch mal eben runter und in der Zeit erzähle ich euch noch von einem coolen Feature und zwar ist das ein Mähroboter, der mit einer Walze und einem Korb das Gemähte sogar aufmähen kann. Ihr habt sogar die Möglichkeit, nur zu sammeln, also nur zum Beispiel Laub aufzukehren oder mähen und das Ganze aufzusammeln. Das funktioniert dann wie folgt, ich erkläre euch das schon mal, später im Video zeige ich euch das auch, aber jetzt erstmal hier zu den Grundeinstellungen erkläre ich euch, wie das funktioniert. Und zwar sammelt der das auf und ihr könnt in der App dann einen Entleerungspunkt festmachen, wo ihr euch das Ganze dann hinkippt. Der schüttelt sich dann so ein bisschen, leert den Korb aus, das ist wirklich gut. Ich habe schon ein paar Testvideos gesehen und das werde ich gleich auch dran bauen und dann euch später im Video noch zeigen. Aber die App ist jetzt runtergeladen. Jetzt zeige ich euch mal das, wie wir uns hier verbinden. Am Anfang braucht ihr WLAN, um einmal die Updates, die neuesten Varianten auf den Mähroboter und wichtig auch auf die RTK-Antenne zu ziehen. Wenn ihr das beides nicht macht, dann haben die unterschiedliche Versionen, sind nicht miteinander bereit, können also quasi fahren, aber das klappt noch nicht mit einer Map anlegen und Map planen. Das habe ich jetzt schon in der Zwischenzeit einmal gemacht. Jetzt bin ich mit beiden Geräten auch verbunden und ich blende euch hier immer mal Screenshots ein, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier einmal ganz normal fahren, ich kann ihn vor, ich kann ihn zurückfahren lassen und ich kann ihn wenden lassen. Dann haben wir hier was, wo wir die Geschwindigkeit einstellen können. Und zwar können wir das hier von 0,2 Meter pro Sekunde bis 1,2 Meter pro Sekunde. Ich gehe jetzt mal ein Stück davon weg. Ich habe es jetzt mal auf 1,2 gestellt. Ihr seht, der ist wirklich schnell und gerade bei mir ist es interessant, weil ich habe 2.500 kmh. Gemüsegarten, ich muss das jetzt hier gleich komplett einmal abgehen, um die Map anzulegen. Und deswegen ist es interessant, das ein bisschen höher stellen zu können, weil wir sehen das mal, wir stellen ihn mal in diese Richtung. Der kann einfach Vollgas. Jetzt habe ich ihn hier schon mal einmal mähen lassen. Man sieht das hier hinter mir, das Stück ist wirklich sehr schön. Ich habe jetzt auf der Stufe 5 gemäht. Dann ist es so, dass auch an unebenen Stellen ein ziemlich glatter Schnitt ist. Das ist echt schön. Man muss zugeben, die Bluetooth-Verbindung ist jetzt nicht die krasseste. Man muss also immer mit dem Mail-Roboter mitlaufen. Man kann jetzt nicht einmal den da jetzt 100 Meter wegfahren lassen. Das funktioniert nicht. Aber man kann jetzt ganz gut nebenher gehen und einmal komplett den Bereich abfahren, den der jetzt als Karte machen soll. Ich blende euch das mal wieder ein. Ich habe jetzt eine Karte erstellt. Zwei Bereiche. Einmal hier rund ums Gemüsebeet und dann einmal die große Wiese da vorne. Und jetzt kann ich hier einmal bearbeiten. Jetzt kann ich das benennen. Und vor allem, wenn ich jetzt hier auf Mähen drücke, kann ich denen einen Auftrag geben. Und ich sage jetzt einfach mal, ja, der soll jetzt hier einmal ums Beet mähen. Drücke mal auf Bestätigen. Dann kann ich hier auswählen, Mähen, ja, Gras sammeln. Kann ich jetzt auch Ja oder Nein machen. Dann kann ich hier die Aufgabengeschwindigkeit machen. Bei 0,4 Meter pro Sekunde sind das auf 302 Quadratmeter 120 Minuten Arbeitszeit. Dann ist er fertig. Ich kann es natürlich auch ein bisschen schneller. 0,5 Meter pro Sekunde. Dann sind wir schon bei 102 Minuten. Also in unter zwei Stunden hat er dann 300 Quadratmeter fertig. Das ist auch eine ganz gute Leistung. Jetzt können wir hier einstellen, den Navigationsmodus. Soll der Kreuz und Quer fahren. Das können ja die meisten Mähroboter mit Kabel auch nur. Die haben dann irgendwann mal nach zwei Tagen das ganze Stück gemäht. Aber man erkennt jetzt nicht, was ist das für ein Muster. Der kann aber auch ganz normale Bahn machen. Also hin, zurück, hin, zurück. So wie ich das hier auch gemacht habe. Und ihr könnt das kreuzen lassen. Das heißt, ihr mehrt es einmal hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Und dann nochmal entgegengesetzt, dass ihr wirklich so ein Kreuz, Karo, Rautenmuster, wie auch immer, drin habt. Und dann könnt ihr auch dieses Kreuz und Quer Segment Raster, heißt das hier, einstellen. Da gibt es so ein bisschen den Wegabstand. Wir haben ja hier die Begrenzung gemacht. Da können wir einstellen, wie weit der jetzt vom Rand wegbleiben soll. Dann gibt es hier noch viele weitere Infos, was ihr einstellen könnt. Ich mache euch mal einen Screenshot, blende euch das ein. Das sind viele Kleinigkeiten. Und dann zeigt ihr euch auch zwischendurch an, wie weit der ist. Ihr könnt von zu Hause, wenn beide mit dem WLAN verbunden sind, der Mäher und ihr, oder ihr mit dem Mobilnetz und der Mähroboter auch mit dem WLAN, dann könnt ihr schauen, wie der gerade am Mähen ist. Der hat vorne eine Kamera. Das heißt, ihr könnt live drauf zugreifen, wie er gerade am Mähen ist. Ich sage mal, ihr seid montags morgens auf Arbeit. Ihr sagt, ihr sollt aber montags morgens um 10 Uhr den Rasen mähen. Dann könnt ihr von der Arbeit aus schauen, wie läuft das gerade, wie weit ist er. Ihr könnt den Fortschritt sehen. Ihr könnt sehen, wie viele Minuten ist fertig. Ihr könnt ihn auch von zu Hause quasi mal losschicken zum Mähen. Mal außer der Reihe, sage ich, was nicht gerade im Plan ist. Und dann können wir das jetzt, wenn wir das alles eingestellt haben, mal auf Start drücken. 302 Quadratmeter, 102 Minuten. Da macht ihr noch einen Selbsttest, Roboterstatus, Positionierungsstatus, Batteriestand und Visionzustand, also von den Kameras vorne. Und jetzt sagt er auch Start Working. 0% von 302 Quadratmeter, verbleibende Zeit 102 Minuten. Jetzt fährt er zu seiner Startpositionierung und da gehen wir mal mit und schauen mal an, wie der dann mäht. Beziehungsweise wir brauchen gar nicht mitgehen, denn wir können ihm hier einfach folgen und sehen, was macht er gerade. Hier könnt ihr dann auch wieder wechseln auf die Map. Und ich finde das ziemlich spannend, weil wir können jetzt hier genau die Linien erkennen, die er einmal mähen wird. Wir haben ja so eine Map erstellt und jetzt hat er genau die Bahnen, die er abfährt, die Bahnen rundherum, also die drei Bahnen, macht er zum Schluss. Zumindest ist das bei mir jetzt so. Er fängt erst mit der ganzen Mitte an, er mäht alles und zum Schluss dann die drei Bahnen am Rand. Und das, was er gemäht hat, da gehen die Linien dann weg. Ich blende euch immer hier Screenshots ein, wie der das gerade hier alles macht. Und wichtig ist, dass eure Mehrbereiche alle miteinander verbunden sind, auch mit der Ladestation. Wenn ihr die RTK-Antenne oder die Ladestation mal verstellt, dann verschieben sich nämlich die ganzen Muster. Wenn ihr die Ladestation verschiebt, dann müsst ihr da vielleicht zurücksetzen drücken. Also nicht nur vielleicht, da müsst ihr zurücksetzen drücken. Und wenn ihr sagt, ich habe die Antenne verschoben, weil die stand mir da jetzt irgendwie im Weg, zum Beispiel bei mir im Gemüsebeet, da möchte ich jetzt was anbauen, dann müssen wir die ganzen Karten noch einmal neu anlegen. Jetzt ist hier unsere Verbindung weg, weil wir sind ein bisschen zu weit weg. Und jetzt schauen wir mal, was er da vor sich hat. Ja, und jetzt hier habe ich noch gerade so eine Bluetooth-Verbindung, aber wir gehen mal ein bisschen näher hin, dann können wir uns mal angucken, wie er arbeitet. So, ich zoome mal an den Hochbeeten vorbei. Da hinten ist er jetzt gerade angefangen, dreht so die ersten Runden. Das geht jetzt auch nicht ganz gerade. Deswegen, der mäht jetzt erst hier ein Stück, dann da ein Stück, dann da ein Stück und dann macht er nachher hier die langen Bahnen. Ich kann euch da wirklich verstehen, wenn ihr sagt, ich möchte das jetzt nicht wegen den Igeln. Da gibt es auch wirklich welche, die würden die stumpf übermähen. Aber der hier soll es eben nicht. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Ihr wisst, ich bin Hobbygärtner. Hier laufen sehr viele Hasen und Tiere rum, die mir auch wirklich am Herzen liegen, auch meine Hühner teilweise. Und ich möchte natürlich nicht, dass da jetzt ein kleiner Unfall passiert. Und deswegen habe ich mich auch für den entschieden, weil der das wirklich meidet. Aber ich kann euch ja jetzt hier viel erzählen. Jetzt schauen wir uns doch mal einen Test an. Wir legen ihm mal eine Kleinigkeit in den Weg und schauen mal, was er dann macht. Sagen wir mal so als Hobbygärtner typisches Beispiel. Ich bin am Ernten, habe leider eine Melone fallen lassen. Können auch Babykatze sagen. Und er erkennt es und fährt es außen drumherum ab, lässt das Hindernis außen vor und fährt drumherum. Funktioniert wirklich. Einmal, das kann ja auch Glück sein. Aber er erkennt es wieder und umfährt wieder das Hindernis. Und ich finde sagen, da muss man schon großes Lob aussprechen. Diese Kameras haben beide Male jetzt das Ziel erkannt. Der Apfel war noch ein bisschen kleiner, sogar wie die Melone. Und wenn dann mal eben was rumläuft, dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass es da nicht zu einem Unglück kommt. Und das finde ich von einem Mähroboter schon wirklich eine gute Sache. Weil wie gesagt, nicht bei jedem Mähroboterhersteller kann man sich darauf verlassen, dass die Dinger bei einem Gegenstand auch wirklich bremsen. Das können kleine Kinderfüße sein, das können Kinderspielzeuge sein zu Hause oder auch einfach Tiere, Insekten oder eben Apfel, der vorm Baum fällt. Man möchte natürlich nicht, dass das alles klein gemacht wird. Und da finde ich großes Lob an den Hersteller. Da macht sich der Preis auf jeden Fall nützlich, sage ich mal, dass so eine gute Technik drin verbaut ist mit den Kameras. Das mit den Scheibenwischern, den Kameras vorne dran, schon der Hammer. Ja, jetzt sehen wir ihn hier bei der Arbeit. Seine Karte abfahren. In zwei Stunden ist das jetzt in etwa fertig. Bei 15 Prozent fährt er wieder in die Ladestation. Da macht er eine Pause. Und jetzt schauen wir uns mal an, auf der App, wie wir Pläne erstellen können. Auch da blende ich euch wieder Bilder von meinem Handy ein, denn es ist ein bisschen schwierig, euch jetzt das Handy beim Sonnenschein in die Kamera zu halten. Da seht ihr jetzt nicht so viel, wie wenn ich euch ein Screenshot einblende. Wir können einzelne Pläne erstellen, nachdem wir eine Map erstellt haben. Das heißt, als erstes laufen wir unseren Garten ab, machen einen großen Bereich. Bei mir heißt der Bereich jetzt zum Beispiel rund ums Beet und der andere heißt große Wiese. Und dann kann ich bei diesen Bereichen quasi die umbenennen, wie ich das gemacht habe. Ich kann die ändern. Das heißt, ich bewege den Roboter dann in den Mähbereichen und kann sagen, oh, da kommt er jetzt noch nicht ganz genau an den Rand dran. Dann kann ich das einfach nochmal ändern. Und das, was ich wirklich gut finde, ist, dass ich diesen einzelnen Bereichen dann Aufgaben geben kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich klicke hier alles an, sage das, 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 das soll er mal heute mähen. Das, 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 das soll er immer Samstag mähen. Ich kann sagen, diese Wiese wächst aber doppelt so schnell wie die andere. Da ist mehr Schatten, mehr Licht, mehr Dünger, wie auch immer. Da wächst der Rasen viel schneller. Das hat man ja immer mal im Garten. Und da kann man sagen, die Fläche mäht er dann mittwochs um 16 Uhr dann auch nochmal eben in einer Stunde ab. Und diese Pläne, die seht ihr dann auf eurer Startseite. Hier steht zum Beispiel nächste Aufgabe in einem Tag und sechs Stunden. Dann soll der Mähroboter die große Wiese mähen. Und dann sehe ich auch, ja, ob das eine wiederholende Aufgabe ist oder nicht. Das finde ich schon eine coole Sache. Und jetzt können wir ihn weiter bei der Arbeit zusehen. So wie ich das aktuell eingestellt habe, mäht er immer doppelt. Das heißt, er fährt jetzt die eine Bahn und fährt dann die halbe Bahn nochmal drüber. Das heißt, er überlappt ein bisschen. Weil man hat das schon oft durch die, ich sag mal, schweren Räder, dass ein bisschen was runtergedrückt wird. Und dass er das dann aber trotzdem nochmal überfährt. Das hat er auf jeden Fall bei der Einstellung, die ich gerade habe. So, dass er das ein bisschen überschneidet und auf jeden Fall alles mitkriegt. Jetzt habe ich gerade hier in der App gesehen, durch das ganze Mählen ist der Akku jetzt schon runter auf 20%. Bei 15% würde er eh automatisch laden. Aber jetzt bitten wir ihn einfach mal zur Ladestation zurückzukehren. Jetzt hat er die Aufgabe bekommen. Und jetzt warten wir mal, ob er sich uns nähert. Okay, das hat er verstanden. Ich sehe gerade hier, um die Ausführungen abzubrechen, klicken Sie den unten stehenden Button. Hier kann ich Rückkehr abbrechen. Aber jetzt sehen wir schon im Hintergrund, wie unser Chef zurückkommt. Und er müsste jetzt eigentlich, wenn alles gut läuft, da um die Kurve fahren und zurück zur Ladestation. Ich würde sagen, wir gehen schon mal vor und schauen, ob er das schafft. So, und da ist er auf dem Weg zu uns. Robby. So habe ich ihn übrigens getauft. Ist ein typischer Name für einen Mähroboter. Robby. Aber ich denke, er passt ganz gut zu ihm. Oder nennen wir ihn Monster-Robby. Ihr könnt ja gerne mal einen Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Wie heißt euer Mähroboter? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt hat er erkannt, eineinhalb Meter vor der Ladestation. Da soll man ihn auch am Anfang mal aufstellen. Da hat er seinen Weg erkannt. Und wir sehen hier in der App gerade auch schon, da, er ist jetzt gleich in der Ladestation drin. Start charging. Also, laden wird gestartet. Und jetzt sehe ich ihn auch hier auf meiner App. Da ist die RTK-Antenne. Das Stück hat er gerade gemäht. Von hier kam er dann um die Kurve wieder reingefahren. Und hier habe ich übrigens auch Bereich 1 und 2 verbunden. Das ist ganz wichtig. Hier seht ihr das zum Beispiel, wenn ihr sowas habt, da wird er nicht drüber fahren. Ihr müsst die Bereiche hier quasi verbinden. Ihr fahrt als erstes zum Beispiel den Bereich ab. Dann könnt ihr nicht in diesem Bereich eine neue Karte starten. Das heißt, ihr startet zum Beispiel hier. Nehmt dann aber am Ende nochmal ein bisschen vom alten Bereich mit, dass sie quasi ineinander übergehen. Und dann habt ihr beide Bereiche miteinander verkuppelt. Ansonsten könnt ihr das so machen. Ihr geht hier einmal auf manuell. Dann könnt ihr hier zum Beispiel auf die Karte gehen. Ihr könnt was erstellen. Und dann zum Beispiel eine Route. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel zwei Gartenhälften habt, die von eurem Nachbarn sollen auch noch mitgemäht werden. Dann könnt ihr durchs Gartentor eine Route fahren. Von, sagen wir mal, hier seid ihr, hier ist euer Nachbar. Dann kann der diese beiden Stücke damit verbinden und weiß, das ist eine Route, wo ich fahren kann. Können dann hier, wie gesagt, die Flächen, die beiden, die ich habe, bearbeiten. Hier könnte ich ihn jetzt theoretisch manuell fahren. Hier manuell mähen. Hier kann ich ihm seinen Auftrag geben. Das, was ich euch eben erzählt habe. Wichtig ist, man soll dabei mal prüfen. Keine Gegenstände, keine Haustiere, nichts ist mehr da. Das habe ich verstanden. Jetzt soll der heute mal nur die große Wiese oder er soll alles machen. Und dann kann ich eben hier, das, was wir eben auch schon hatten, das, was er auch bei einem Direktauftrag jetzt machen soll, das machen. Wir haben hier eine Einzelfrequenz. Dann haben wir eine wöchentliche, dass wir sagen, ja, immer montags 14.48 Uhr startet der Mähn. Ja, Gras sammeln auch. Wollen wir beides. Sehen wir hier auch auf der Karte, beide Flächen zusammen. 1.005 Quadratmeter würde er schaffen in 2 Stunden 64. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber, dass er ein bisschen langsam und vielleicht deswegen auch noch mal ein bisschen gründlicher mäht, dann verändert sich das natürlich. Dann braucht er 315 Minuten. 315 Minuten sind gute 5 Stunden, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Das heißt, wir haben in 5 Stunden hier alles insgesamt bei einer langsamen Geschwindigkeit fertig. Habt er jetzt entleert oder nicht, also das aufsammelt oder nicht, die Zeit bleibt gleich, das ist ein bisschen unrealistisch. Das kann er wahrscheinlich nicht so gut kalkulieren, aber ihr habt hier einen groben Überblick, wenn der jetzt das hier nur mäht, wie lange er braucht. Und ich habe eben mal geschaut, das kommt schon wirklich gut hin. Ihr könnt zwischendurch übrigens euren Auftrag auch noch mal stoppen und sagen, er soll jetzt das letzte Stück mal ein Stück schneller mähen. Wenn es in einer Stunde regnet, dann sagt ihr jetzt Meter mal statt 0,4 Meter pro Sekunde in 0,6. Das könnt ihr von vornherein machen. Ihr könnt aber auch später sagen, ja, das soll er noch mal ein bisschen schneller. Und dann ist da natürlich, das aktualisiert ihr jetzt hier noch mal, in einer ganz anderen Zeit, wo er das dann alles fertig hat. Jetzt habt ihr die grundlegenden Funktionen auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich warte jetzt noch auf mein Paket mit dem Auffangkorb und der Walze, die das dann in den Auffangkorb befördert. Das Aufbauen soll auch nur so 15 Minuten dauern. Und wie wir das machen und die Funktion, das sehen wir jetzt in wenigen Sekunden hier im Video, aber wahrscheinlich erst in ein paar Tagen bei mir. Also, bis gleich. So Leute, wir haben ein paar Tage später, es ist mittlerweile auch echt herbstlich geworden. Und jetzt ist hier unser Anbaugerät da. Der Yuka ist ja ein 2-in-1-Mähroboter mit einem Fangkorb, wo der das ganze Laub, was jetzt von den Bäumen fällt, aufsammeln kann oder auch aufmähen. Dann wird verschiedene Einstellungen. Wir können einmal sagen, er kann auch nur sammeln oder er soll mähen und aufsammeln. Und dann wird mit dieser Walze hier das Ganze in diesen Korb, den wir zusammenbauen, befördert. Und wenn der voll ist, haben wir auf der Map, in der App, einen bestimmten Entleerungspunkt angegeben. Das muss nicht in dem Bereich sein. Da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen, wenn wir das Ganze installiert haben. Aber ein ziemlich cooles Feature, was ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte. Der Anbau sieht ziemlich einfach aus. Ich mache mich da jetzt mal dran und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin mit der Installation fertig und eigentlich erfolgt das in drei Schritten. Als erstes dreht ihr den Mähroboter um, am besten vorher vor dem ersten Gebrauch machen, weil jetzt war er natürlich schon dreckig und nass, musste ich es eben sauber machen. Aber dann macht ihr hinten so eine Cup-Hub und setzt die zweite Batterie rein, die ihr dann für dieses System hier braucht. Dann baut ihr eigentlich im zweiten Schritt den Korb zusammen. Einmal diesen einzelnen Korb, setzt das in dieses Ding und klickt das hier an. Und im dritten Teil kommt dann hier vorne so eine schwere Platte drauf, das ist ein Gewicht, das das jetzt natürlich nicht hinten überkippt. Haben wir vorne dieses Gewicht drauf geschraubt. Und jetzt ist das Ding wieder einsatzbereit. Wir schauen mal, ob es auch fährt. Funktioniert. Jetzt gehen wir nochmal in die App und erstellen einen Auftrag. Hierauf bestätigen, wir wollen gerne, dass alle Wiesen zusammen gemäht werden. Das sind bei mir übrigens 1425 Quadratmeter. Müssen wir hier dieses Gras sammeln anklicken. Und dann öffnet sich noch ein weiteres Fenster und zwar Dumping Interwall. Da können wir hier einstellen, pro wie viel Quadratmeter das Ganze halt entleert wird. Und dann wird es noch spannend. In der App haben wir ja hier unsere Karte. Da können wir jetzt erstellen, noch eine Entleerungsstelle. Und dann sagen wir mal jetzt einfach hier, um das einfach zu machen. So und jetzt sind wir ein Stück gefahren und haben hier noch eine zweite Entladungsstelle gemacht. Und das können wir immer so weitermachen. Wir können sagen, da kann er entladen, da kann er entladen. Macht es dem Mail-Roboter natürlich einfach. Bei so einer großen Karte hier verschiedene Entleerungspunkte einzusetzen. Vielleicht hier in der Ecke, da und da. Damit er eben auch nicht zu viel Zeit und Akku verschwendet, um eben zwischendurch immer zu entleeren. Ja, und jetzt funktioniert das Ganze. Schauen wir uns das mal an. So, jetzt kann der Momotion Yuka hier endlich seine Runden drehen. Auch das Entsorgungskit ist dran und ich freue mich jetzt, dass das alles funktioniert hat. Mein Rasenmähen jetzt automatisch geht und wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten, hier gibt es noch ein weiteres Video von mir. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst. Ciao.